Damit herzlich willkommen bei Fastbear Armageddon. Ich glaub, hier können wir uns gegen eine Chance ein bisschen wehren. I think. Oh ja. Ich hab ne Waffe. Ich hab ne Waffe. Uh. Slide. Ja. Slide halt einmal. Oh ja. Boom. Mal ganz anders hier. Okay, vielleicht nicht ganz so uninteressant. Rise and Shine. Oh ja. Oh ja. Genau. Ja. Okay, das ist ziemlich cool. Fnaf so als Arcade-Shooter. Nice. Geil, 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 geil. Weg mit euch. Ah. Ich hab gesagt, weg mit euch. Headshot. Geil. Nochmal einer. Das war ja gar nix. Das war alles. Ihr seid sehr langweilig. Ihr seid langweilig. Use the number keys to change your selected weapon. Genau, ich hab damit zu. Ja, genau, wenn ich sowas hab. Headshot. Hat. Oh leule, ich komm hier gar nicht rein. Hallo. Zack, zack. Pa, Headshots. Aber schon wie, hey. Einfach gut zählen. Huch, hi. Es sind nur lauter Endos. Wo sind die richtigen... Ja, was heißt denn? Wo sind die klassischen Animatronics? Wo stöbern die rum? Wo, 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 wo. Also es ist richtig cool gemacht. Richtig geil gemacht. Wie sie hier reinplopfen. Zack, zack. Ey. Voll der geile Headshot, hey. Hallo, hallo. Machst du den Bluff? Oh. Die haben dazugelernt. Aber warte. Headshot. Headshot. Headshot Maniac Running Wild. Sozusagen. Oh Gott. Dachte immer schon. Ach komm, ihr seid sehr langweilig. Ihr seid sehr langweilig. Ich weiß auch nicht, wie viele Levels das hat. Ich weiß auch nicht, wie lange ich brauche, bis ich zum Ende komme. Pauz. Ah, okay. Oh, da ist wieder Boss Arena aus. Oh, Golden Freddy. Aber mit den Sons ist es eigentlich so geil. Au. Ich glaube, der hat mich gehalten. Ich hoffe, aber ich sage au. Hallo. Mh. Es ist so cool. Da, 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 da. Ah, komm. Hallo. Ja, mal gleich. Ich freu mich, wer da an der Boss im nächsten Level ist. Oh. I'm a Golden Freddy. So. Äh, Quatsch. Falsch rum. Bin in die falsche Richtung gegangen. Floor, äh, Floor Clear. Rise and Shine. Bisschen Damage getaked. Keiner gestorben. Rating. Bast schon. Ja, Rating. Bast schon. Oh, das ist cool. Das ist echt cool. Hi, mi, 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 mi. Keine Ahnung, wenn ich eigentlich sprinten will. Kommt der immer nur. Ah, jetzt. Now I get it. Ja, immer nur die kleinen Endos da. Und ich vom, ja. Da brauchst du es dann jeweils dann, ich sag mal so, normale Electronic Headshot. Headshot, 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 Headshot. Oh, komm. Perfekt. Hä? Schießt jemand? Da greift mich jemand an. Den da wisch ich nicht. Den da wisch ich nicht. Okay, der war blöd. Uh, los. Hi. Wo kommst du die alle jetzt auf einmal? Lass mal mal in Ruhe. Aua, aua. Aua, aua, aua. Lass mal mal in Ruhe. Hä? Nicht. Oh, schau, 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 schau. Da. Oh. Wart mal. Ich bin gleich da. Ich bin gleich da. Machen wir halt normal. Oder so. Da. Was? Okay, ich hätte es gedacht, dass Golden Freddy eher dann so ein Boss ist und der dann nicht mehr auftaucht. Ich lag falsch. Und hatte auch so viele Headpoints. Nee. Tschüss. I'm going. I'm going. Oh, hi. Wo sind das viele? I'm dying. Nee, nicht wirklich. Die schon, aber nicht ich. Warum? Weil ich es nicht zulasse. Oh, hi. Hallo. Ha. Ha. Perfect. Ah, der ist schon offen. Der ist ja schon offen hier. Da. Es ist halt so cool, wenn du mehr Verschoßen machst. Und dann dann, da weißt du. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Lass mal mal. Warst du schon? Oh, kann man flüchten? Nee. Wäre ja zu cool. Und hier? Was haben wir hier? Spawn. Oh. Ich wollte gerade einfach rausgehen. Das hat anscheinend nicht so geklappt, wie ich es wollte. Egal. Pam, 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 hey. Perfekt. Wie viele Türen musst du gehen? Auch wenn sie nicht gehen. Egal. So. Oh, das könnte vielleicht Barney sein. Nö. Ist er... Ah, nee, das ist nicht mal. Es ist nicht mal. Ich hab gedacht, jetzt kommt irgendwie ein neuer Boss. Aber anscheinend sind wir noch nicht mal am Ende von der Stage angelangt. Obwohl es eigentlich sehr hart danach aussieht. Weil wir haben hier schon wieder Golden Freddy. Au. Das hat mir tropfen. Das passiert dann bei mir nicht nochmal. Den haben wir doch eh gleich. Ja, komm, flieg. Na. Traurig. Glaube ich dir. Ernsthaft? Ernsthaft? Wir haben nur Golden Freddy als Boss? Äh. Das ist ja langweilig. Nur ihn als Boss. Oh, Security Office. Das machen wir jetzt noch. Ist halt mit den... Ein bisschen eintönig. Die Grundidee finde ich saugeil. Aber es kommen halt, klar, immer nur die gleichen Gegner. Also es haben wir mittlerweile drei. Wir haben die Endos, die rumkrabbeln. Dann haben wir die Endos hier rumstehen und... ...rumschießen. Und wir haben Golden Freddy. Okay. Gut zu wissen. Nein. Nein. Jetzt. Das ist ja mal kurz. Lass mal mal her. Bam, bam, bam. Das ist ja blöd, wenn der Dritte nicht funktioniert, weißt. Nee. Mach mir meine Shootstreak hier kaputt. Oh. Die haben keinen Bock mehr. Ah, jetzt kommen sie her. Da. 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 Lass mal mehr rüber. Hi. 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 Jetzt werden wieder gleich welche gespawnt. Oh, nee. Ach, nee. Lol. Das sind ja auch noch welche. Halt. Halt. Wie? Too easy. Ich hätte gerne einen anderen Animatronic als Boss. Nicht nur Golden Freddy. Oder halt, ja. Oder was anderes zur Abwechslung. Aber ich denke mal, das wird nicht mehr sein, I think. Ich weiß nicht. Also fühlt sich halt richtig an, so wie wir ganz klassischen Shooter von aussehen. 90ern. Einfach nur ballern, Hirn aus. Also Hirn aus und ballern. Zack. So schnell schon beim Exit. Lol. Oh. Ja, yes. Das Red Bear Twin. Okay. Okay. Jeder erst mal eine eigene Lifebar. Das ist nett. Also nicht, wie viele Levels das Ganze hat. Aber das ist nett gemacht. Das ist richtig nett gemacht. Da, 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 da. Aber die sind total... Also wenn es immer nur solche sind, das ist total easy. Au. Ich glaube, der hat betroffen. Aber ich kehre nicht wirklich. Ich habe die beiden... Egli. Da, 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 da. Lol. Ist der gerade gegen die Kante von der Wand gerade grauscht? Ist der doof? Fnaf. Der hier. So. Oh. Und dann wieder oben gleich hier eine Leiste nur noch da ist. Von ihm. Ah, komm. Den hier noch. Den hier noch. Den hier noch. Und bam. Okay. Was waren die Twins? Nü, düt. Nü, düt. Okay. Nice. Ja. Fast by Armageddon. Witziges Game. Wenn ihr hier klickt, gibt es auch nur ein bisschen Fnaf. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Man sieht es im nächsten Video wieder. Macht's gut.